Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe. Das heißt, dass sie an kalten Tagen viel Zeit in ihrem Nest, dem Kobel, verbringen. Guck, 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 hofft aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling, hört es nun weg. Guck, 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 lässt nichts einschreien. Kommt in die Felder, Wesern und Wälder. Frühling, Frühling, stelle dich ein. Guck, 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 trefflicher Held. Was du gesungen, ist dir gelungen. Winter, Winter, räumet das Feld.